Wenn es um Frischprodukte geht, ist Goob besonders kritisch. Nur was ja durchgeheckt und gepflegt, mit viel Sonne verwöhnt und sorgfältig gepflückt worden ist, kommt auf schnellstem Weg in die mehr als 1300 Verkaufsstellen. Dass Sie morgen bei Goob kaufen können, was heute geerntet wird. Bis am nächsten Dienstag offeriert in Goob 250 Gramm Kellogs Frosties für nur 2,45. 250 Gramm Jubilor Bohnenkaffee für nur 2,85. Und Goldstar Boulet grillfertig für nur 4 Franken pro Kilo. Und morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Goob Charlotte Herdöpfel in der Tragtasche an 2,5 Kilogramm für nur 2,90. Auf Wiedersehen!